Melons Zügelbahn Es war ein wunderschöner Morgen und die Zügelbahn machte sich auf den Weg von Hamburg nach Zürich. Sie fuhr durch wunderschöne Landschaften, Gebirge und Seen, durch viele Tunnel und Brücken. Doch bei dieser Brücke hatte sie zu kämpfen. Es war eine riesige Herausforderung. Doch dann passierte das Unvorstellbare. Er ist alleine weggefahren. Was macht er denn? Sie raste davon die Brücke hinunter, ohne zu sehen, dass ihre Waggons gar nicht mehr da waren. Die lagen verstreut auf den Schienen und versperrten den Weg für die weiteren Züge. Was sollten wir denn jetzt machen? Na klar, es war Zeit für Krani Marni. Krani Marni war bereit. Jack saß bereits oben. Er schaltete den Krani Marni an und machte sich auf den Weg zur Unglückstelle. Langsam wurde der Hebel runtergebracht, um die Zügelbahn von den Schienen zu bringen. Es war ganz schön schwer. Aber Krani Marni machte das herausragend. Nichts war für ihn zu schwer. Er packte sie von den Schienen weg und legte sie zunächst einmal auf den Boden. Von dort aus mussten die natürlich wegtransportiert werden. Deswegen brauchte man einen Verladewaggon. Und genau diesen bringt uns jetzt die Rabe hierher. Papio, wie schlecht hast du denn? Das ist hier, das ist hier am Stellenbruch angekommen. Am Bahnhof wurde die Ladefläche an eine Lokomotive verladen, die direkt zu dieser Unglückstelle gefahren ist. Mit einem zusätzlichen Kran. Jetzt stehen wir runter. Dort angekommen, machte sich der mobile Kran an die Arbeit. Und so schaffen sie es, die Waggons Schritt für Schritt wieder auf die Gleise zu bringen. Damit die Zügelbahn wieder die freie Strecke hatten und vernünftig fahren konnten. Hier haben wir einen Waggonabtrüge. Und jetzt fahren die alle los. Auf Wiedersehen Leute, wir sehen uns in der Folge 2. Like das Video, wenn es dir gefallen hat. Und abonnieren wir uns Zügelbahnkanal für weitere Videos. Das Video, wenn es dir gefallen hat. Vielen Dank.